Tod mit 69 Jahren Traurige Nachricht für Fußballfans, Manfred Burgsmüller ist im Alter von 69 Jahren plötzlich verstorben. Quelle, Saat 1 Torjäger, Schlitzohr, Bad Original, Manfred Burgsmüller hatte viele Facetten. Nun ist er mit 69 Jahren gestorben. Der Stürmer prägte die Bundesliga wie wenige vor ihm. Manfred Burgsmüller war, so sagte er selbst, ein komischer Fußballer. Wem das zu negativ war, der nannte den quirligen Blondschopf liebevoll das größte Schlitzohr der Bundesliga-Geschichte. Burgsmüller war ein Bad Original, seinen einzigen Meistertitel holte er aber im Trikot von Werder Bremen, als ein Dreißiger. Nun ist Mani, wie ihn alle riefen, überraschend im Alter von 69 Jahren in Essen gestorben. Sein langjähriger Club Borussia Dortmund bestätigte am Montagabend eine Meldung der Bild. Demnach soll sein früher Tod ein natürlicher gewesen sein. Zuletzt ging es Burgsmüller nicht mehr gut. Wie die Bild berichtete, litt er an Arthosa in den Füßen, ging am Stock. 21 Jahre als Bundesliga-Profi hatten Spuren hinterlassen, ebenso, dass er auch danach nicht vom Leder lassen konnte. Dies war am Schluss nicht mehr rund, sondern ein Ei, als Burgsmüller Bayrein war noch mit 52 Jahren als Kicker auflief und als ältester Football-Profi der Welt galt. Burgsmüller, das kann man mit Nachdruck sagen, hat seine Karriere ausgekostet. Den letzten seiner 213 Bundesliga-Treffer, die viertmeisten überhaupt und mehrheitlich im BVB-Trikot, erzielte er mit fast 40 Jahren für Werder Bremen. Da passt es irgendwie, dass er just am jenem Samstag starb, an dem Claudio Pizarro zum ältesten Bundesliga-Torschützen der Geschichte wurde. Um Burgsmüller war es zuletzt stiller geworden. Er war ein Original, aber keines, das in den Vordergrund drängte, keiner, der nur noch über Sprüche auffallen wollte. Vielleicht ist das eine Laufbahn geschuldet, in der er Tor um Tor schoß, und dennoch stetig unter dem Radar flog. Man konnte mich keine Position zuordnen. Bis heute weiß man wohl nicht, ob Burgsmüller eine Nummer 9 oder ein Zähne war, sagte er dem Blogjawatt in seines Ex-Clubs Rot-Weiß-Essen, Ich war irgendetwas dazwischen. Ich war überall auf dem Platz, vor allem in Tornähe. Die Trainer der Nationalmannschaft setzten auf Spieler, die sich an ihre taktischen Vorgaben und Positionen hielten. Ich war anders, ich passte zum Beispiel Helmut Schön wohl nicht ins Konzept. Nur drei Länderspiele bestritt Burgsmüller, beim Neuaufbau nach dem WM-Desaster 1978 wurde er links liegen gelassen. Zerallzer er. Und wie aus Trotz knipste er noch elf weitere Jahre. Autore Hage glaubte an Burgsmüller, grub ihn bei Rot-Weiß-Oberhausen in der zweiten Bundesliga für Werde aus. Der sah mich spielen und sagte, den will ich haben, der ist topfit, erinnerte sich Burgsmüller, und zur Krönung wurde ich dann im hohen Fußballer-Alter endlich Meister. Trotz zahlreicher Tore in der Bundesliga machte Manfred Burgsmüller nur drei Länderspiele für das DFB-Team. Quelle, Imago-Images 1988 war das, Werde läutete damit goldene Jahre ein, auch deshalb wollten sie Burgsmüller an der Weser ein Denkmal errichten. Doch dies hatte es sich schon selbst gesetzt, mit einem Tor im Jahr 1986 gegen Kaiserslautern und Torwart Gürr Alt-Ehrmann, das nur Manni, dieses Riesenschlitz-Ohr, schießen konnte. Der Ehrmann hält den Ball, ich lieg so neben dem Tor, rappel mich wieder auf und will wieder zur Mitte. Da seh ich, wie der Geriff vor sich hinpennt, geh zu ihm und schubst ihm mit der Hand die Pille aus dem Arm. Fällt der Ball auf den Boden, und ich schieb ihn rein. So einfach war das in der guten alten Zeit. Burgsmüllers Zeit Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team